Und herzlich willkommen bei GartenTV. Jetzt mache ich die Auslosung vom Gewinnspiel. Und zwar, es hat am Gewinnspiel nur einer dran teilgenommen. Das finde ich sehr schade. Deshalb erstmal eine kleine Info. Das Gewinnspiel werde ich erstmal verlängern um eine Woche. Und ihr müsst erstens kein Abo da lassen. Ich möchte euch dazu nicht zwingen. Also, ihr braucht einfach nur einen Kommentar schreiben, warum ihr dieses Saatgutpaket haben möchtet. Einfach nur einen Kommentar schreiben und gut ist. Und erstmal will ich den ersten Gewinner verkündigen. Und zwar ist das die Andrea Patz. Herzlichen Glückwunsch. Zu dir nach Hause kommt ein fünfteiliges Saatgutpäckchen mit den Sorten Salatgurke Chinesische Schlange. Tomate Indigo Quomquat Tomate Glockenchili Habanero Tropical Red Und die Tomate Elfro Das einzige, was ich jetzt noch von dir brauche, ist die Postanschrift von dir. Schreib sie mir am besten über eine E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findest du in der Videobeschreibung. So, kommen wir jetzt noch zum zweiten Thema. Da ja so wenig mitgemacht haben, habe ich ja schon gesagt, dass ich das Gewinnspiel exakt eine Woche nochmal verlängere. Und zwar, wenn ich jetzt auch nochmal kurz die Sorten vorstelle, die ich hier zu verlosen habe. Denn, wie gesagt, das sind sehr köstliche und sehr seltene Sorten, die ich hier zu anbieten habe. Und zwar einmal die Tomate Elfro, Tomate Mexikanische Honigtomate, Tomate Ochsenherzbrot, Tomate Indigo Quomquat, Salatgurke Chinesische Schlange, Habanero Tropical Red und eine Glockenchili. Also, wie gesagt, das sind sehr köstliche und seltene Sorten darunter. Und, ja, ich hoffe, es machen einige mit. Also, ich habe jetzt noch exakt vier von diesen Briefen noch zu verlosen. Und damit sage ich Tschüss und bis bald!